Hey Leute was geht? Willkommen zu einem Video. Wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 2 mit dabei ist der liebe Iceman. Ja, wie immer. Genau wie immer und wir machen ein 1 vs 1 Sniper Battle. 1 win 1. Ja genau. Jetzt ist gar nicht halbes Leben eigentlich gelaufen. Nicht? Nein. Oh Mann, Alter, ich bin so... So inkompetent sind wir, ne? Ungewohnt. Das ist ungewohnt. Das Spiel. Findest du? Ja, ein bisschen. Das ist doch ein Call of Duty Teil wie jeder andere. Der spielt sich aber nicht wie jeder andere. Das stimmt wohl. Echt der Taktik einstieg oder was? Kein Headshot. Headshot. Äh, ich hab Taktik einstieg und nicht mehr freigeschaltet. Was noch? Oh, nee. Ich hab da gar keinen Bock, musst du dabei. Ich hab da gar keinen Bock, musst du dabei. Pff, eh schon. Aufklärungsdrohne online. Scheiße! Hätte er klappen können. Vielleicht soll, machen wir doch mit Flashbangs? Ja, Flashbangs sind in Ordnung. Echt? Ja, solange du keine Nades, also richtige Nades schmeißt, ist alles gut. Ja, dann pack ich gleich Flashbangs ein, anstatt noch Smoke. Achso, ja gut. Oh fuck. Ich hab dich sogar gesehen, aber ich war einfach zu lange am reagieren. Ah Gott. Ja, einfach kidding. tree. đã und du Fick dich! Ich hab dich laufen hören, weißt du? War mir klar? Und dann schmeiß ich ein Wurfmesser und verkackst einfach was, weißt du? Was? Wie? Hardscope of Doom. Ach lol. Der Hardscope, Alter. Wo kam es denn schon wieder? Zumindest nicht auf der Röhre, so wie du. Mach ich auch nicht. Schieß mal. Weißt du, mach mal Piep. Ich hab doch grad geschossen. Achso. Ficken. Du musst dabei auch schon auf die Karte bauen. Ja, hab ich vergessen. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Nein! Ich bin da hängen geblieben erst. Achso. Achtung! Feindliche Vorräte! Mann, scheiße. Mach mir... Peinlich! Für den Painkiller kriegst du jetzt das ein Messer, Alter. Bringt mir eh nichts, was im Care Package war. Was war denn da drinne? Predator Missile. Was sonst? No-Scope-Battle. No-Scope? Ich krieg's dir die ganze Zeit schon. Ich mach grad'n No-Scope. Ich war geflasht, das ist unfair. Ja. Nicht von mir. Du schweiß ich schon bei deinem eigenen Fleisch mich darüber, dass das unfair ist? Jetzt war nicht mein eigenes Fleisch. Ich hab keine. So. Nein! Wunder Mensch. Oh, der war nice. Der war nice. Der war nice, sagst du? Ja, richtig nice, ja. Oh, lol. Ich bin überliegt. Oh, der war nice. No-Scope. Wo? Das war ein Noscope-Hatchert, Alter. Aufklärungsdrohne einsatzbereit! Aufklärungs-Drohne online Das ist dein Ernst, oder? Was? Das ist auf K läuft Wiederhole, Vorräte warten auf Zielvorgabe Das ist dir früh abgefallen? Ja Ich weiß, danke Vorräte sind unterwegs What the fuck Was? Wir wollen Pölter Die eingesetzt habe Wow Ich habe gerade das heftigste bekommen überhaupt Ammo Nee Gaze online Ja, die zweite Wie? Niemals verpiss die Lungen Nach dem Hitmarker Hä, wie Hä, wieso Pistole? Egal, was ist los mit dir? Bei dem Hitmarker gab es die Pistole Nee, das ist nicht in Ordnung War sicher ist das in Ordnung Natürlich nicht War sicher ist das in Ordnung War sicher ist das in Ordnung Das ist dann in Ordnung Du musst einfach nur töten Töten Oh, ich bin am rasieren hier Und tot Aufklärungsdrohne in Bereiter Wiederhole Aufklärungsdrohne online Gaze online Ja, ja, und was war das jetzt? Ja, dann krieg mich noch während des roten Bildschirms Ähm Ähm Hahahaha 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 Ja, hab ich gemerkt Ähm Hahahaha 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 Ähm Hahahaha Das hast du nicht gesehen, Lennu Hahahaha Nein, das hast du nicht gesehen Nein, das hast du nicht gesehen Doch, doch, keine Sorge Das hab ich Wir wollten grad nicht erschießen Alter, die Flashbacks hier sind so heavy as fuck Alter, die Flashbacks hier sind so heavy as fuck Die Zeit wird knapp Na kommst du jetzt mal raus oder wie sieht das aus? Und du doch raus Ich will doch die Lopfe ganz hier unten rum Was? Untermensch Das nennt sich gerade rasiert Du hättest aber niemals gewonnen, wenn die Zeit Wenn die Zeit keine Zeit drinnen wäre Meinst du? Ja, bin mir sicher Guck mal die Gibt's ne kleine Kidcam dafür? Ne Der war einfach nice Nicht richtig schön abgestochen Und danach Auf jeden Fall Leute Hau dir rein Danke fürs zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Video Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020